Und Johnny Maths ist mal wieder unterwegs. Ein neuer Fall, im wahrsten Sinne des Wortes. Damit auch jeder Sprung wirklich perfekt gelingt, wird seine Geschwindigkeit genau gemessen und dann analysiert. Für die Analyse muss der Differenzenquotient bestimmt werden. Aber was ist der Differenzenquotient denn überhaupt? Schauen wir uns dazu diesen Graphen an. Dieser ist keine Gerade. Wir können die Steigung also nicht direkt angeben und sie ist auch nicht an jeder Stelle gleich. Um trotzdem eine Annäherung an die Steigung zu bekommen, nehmen wir uns den Differenzenquotienten zur Hilfe. Dieser berechnet die mittlere Änderungsrate. Die mittlere Änderungsrate ist in dem Fall die Steigung einer Sekante. Wollen wir zum Beispiel eine Annäherung der Steigung zwischen diesen beiden Punkten berechnen, so zeichnen wir uns zunächst eine Sekante durch die beiden Punkte. Nun haben wir eine Gerade, von der wir die Steigung mit Hilfe der beiden Schnittpunkte bestimmen können. Haben wir zwei Punkte x0, y0 und x1, y1 gegeben? So können wir die Steigung mit Hilfe dieser Formel berechnen. Da der y-Wert durch den Funktionswert der zugehörigen Funktion beschrieben werden kann? Können wir dies auch so schreiben. Und das nennen wir dann den Differenzenquotienten d in dem Intervall zwischen x0 und x1. Wir haben also einen Quotienten dieser beiden Differenzen. Deswegen nennen wir ihn auch Differenzenquotienten. Er entspricht also diesem Steigungsdreieck. Betrachten wir doch nun einmal den Graphen, der den Beginn des Fallschirmsprungs beschreibt. Vor dem Springen ist die Geschwindigkeit natürlich bei 0. Dann steigt sie aber schnell an, bis sie bei der höchsten Geschwindigkeit angekommen ist. Wir wollen nun eine Annäherung für die Steigung zwischen x0 gleich 10 und x1 gleich 35 finden. Die Funktionswerte f von x0 und f von x1 können wir hier direkt ablesen. f von x0 liegt hier und ist gleich 50. f von x1 liegt hier und beträgt 95. So haben wir die Werte für x0 und f von x0 und die Werte von x1 und f von x1. Wir können diese nun in die Gleichung für den Differenzenquotienten einsetzen. Rechnen wir dies aus, so erhalten wir eine Steigung von 1,8. Was passiert denn, wenn wir für x1 einen anderen Wert ausgewählt hätten? Zum Beispiel diesen hier, der noch weiter von x0 entfernt liegt. Der zugehörige Funktionswert für x2 ist 100. Rechnen wir nun den Differenzenquotienten aus, so erhalten wir eine ganz andere Steigung. Dies liegt daran, dass wir einen weiteren Abstand ausgewählt haben. Schauen wir uns dies doch einmal am Graphen an. Dazu zeichnen wir zunächst beide Sekanten ein. Wir sehen, dass diese Sekante viel weiter von dem ursprünglichen Graphen entfernt ist als diese. Je näher man die Punkte wählt, desto näher ist man also auch an der tatsächlichen Steigung des Graphens. Können wir die Werte an dem Graphen nicht einfach ablesen, so können wir uns die Funktionsgleichung zur Hilfe nehmen. Nehmen wir dazu als Beispiel einmal die Funktion f von x gleich x². Wir wollen den Differenzenquotienten im Intervall 2, 5 bestimmen. x0 ist also gleich 2 und x1 ist gleich 5. Den Differenzenquotienten berechnen wir dann, indem wir f von 5 minus f von 2 geteilt durch 5 minus 2 rechnen. Das ist also 5 zum Quadrat minus 2 zum Quadrat geteilt durch 5 minus 2. Rechnen wir das aus, so erhalten wir 21 geteilt durch 3 und das sind 7. Der Differenzenquotient in diesem Intervall ist also gleich 7. Fassen wir das noch einmal zusammen. Der Differenzenquotient berechnet die mittlere Änderungsrate in einem Intervall x0, x1. Diesen verwenden wir vor allem dann, wenn wir eine Funktion gegeben haben, bei der die Steigung nicht immer gleichbleibend ist. Der Differenzenquotient zwischen den Stellen x0 und x1 beschreibt dann die Steigung der Sekante zwischen den Punkten. Wir rechnen d ist gleich f von x1 minus f von x0 geteilt durch x1 minus x0. Je kleiner das gewählte Intervall, desto mehr nähert sich die Steigung der Sekante an die tatsächliche Steigung des Graphens in einem Punkt. Konnte Johnny seinen Fall lösen? Was ein eiskalter Typ!